Als Muslime ist unser Vorbild der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam. Er ist der Mensch, dem wir nacheifern. Oder so wie wir es ausdrücken würden, wir folgen seiner Sunda. Wir nehmen ihn als Beispiel. Und wenn wir über Sunda reden, dann fällt einem auf, dass es in all dem, was zu Sunda gehört, ich drücke es mal so aus, kleine Sundateile gibt und große. Und mit klein und groß meine ich nicht wichtig und unwichtig. Ich meine das anders. Ich meine mit kleinen Sunda-Dingen Dinge, die leicht umzusetzen sind. Man hört das oder liest das und sagt, okay, mache ich einfach. Einfach das Beispiel mit der rechten Hand essen. Viele tun es vielleicht sowieso schon immer. Oder selbst wenn man es hört, dann ist es leicht zu tun. Einige Sunda-Dinge sind sehr, sehr leicht umzusetzen. Und man macht sie einfach und ist es gut. Andere Sunda-Teile, und da würde ich sagen, das sind so große Sunda-Dinge. Die sind nicht so leicht umzusetzen. Und das sind doch dann keine isolierten Dinge, sondern vieles andere hängt noch davon ab. Das sind so grundsätzliche Dinge. Und eine von diesen Sunda-Teilen von diesen Eigenschaften, die der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hatte und die unglaublich schwer umzusetzen sind, die hat sich gezeigt bei der Schlacht von Uhud. Und dann sieht man vielleicht, was ich damit meine mit diesen großen Sunda-Dingen, die nicht so leicht umzusetzen sind. Die Schlacht von Uhud ist wahrscheinlich jedem von uns ein Begriff. Es war eine Schlacht, die begonnen hat und quasi im selben Moment schon gewonnen schien. Der Sieg war noch nie so nah. Es war zum Beginn keine richtige Schlacht. Es wurde überliefert, dass die Schlacht begonnen hat und fast im gleichen Augenblick sind die Gegner der Muslime, die haben sich schon vom Acker gemacht. Also die waren so schnell, die haben ihre eigenen Frauen überholt, die hinten gewartet haben und eigentlich den Sieg mitfeiern wollten. Sodass die Leute sagten, die Gegner fliehen sehen und wir sahen irgendwann die Füße der Frauen, weil sie die überholt hatten. Also die Schlacht schien erledigt. Aber das schien nur so. Wir kennen das Ende der Schlacht. Darum passierte das, was wir heute unter dem Ereignis der Bogenschützen kennen. Der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam hatte einen Hügel an uns gesucht, wo er sehr strategisch einige Bogenschützen platziert hat. 50 an der Zahl. Und er hat ihnen genaue Anweisungen gegeben. Egal was passiert, bleibt hier stehen. Kommt nicht runter. Wenn wir gewinnen, kommt nicht runter. Wenn wir verlieren, kommt nicht runter. Selbst wenn wir schon auf dem Schlachtfeld liegen und die Vögel kommen und von unseren Leichen fressen, kommt nicht runter. Bleibt da stehen. Klare Anweisungen, würde man denken. Und dann passierte ja das, womit keiner so gerechnet hatte. Der Gegner ergibt sich kampflos. Die Schlacht beginnt und der Gegner haut ab. Was macht man jetzt? Und unter den Bogenschützen gab es dann einen kleinen Disput, wo dann 40 von ihnen gesagt hat, okay, wenn der Gegner schon abhaut, die Schlacht ist vorbei, bevor er sie eigentlich begonnen hat, dann können wir genauso gut auch anfangen und mit Beute sammeln. Das war dann die Gelegenheit, die Khaled ibn Ubalis, der berühmte Kommandeur, genutzt hat und dann um den Hügel der Bogenschützen, die die Bogenschützen bewacht hatten, herumkam mit seiner Reiterarmee und fiel den Muslimen in den Rücken. Und das war dann der Wendepunkt. Das hat am Ende dafür gesorgt, dass die Schlacht doch noch verloren ging und auf eine sehr bittere Art und Weise 70 der Gefährten des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, wurden getötet. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, selber hat einige Verletzungen davon getragen. Er hatte noch so eine eigene Leibgarde, die ihn beschützen wollte, als er auf den Hügel, auf den Berg, auf den Ort fliehen wollte. Und währenddessen ist man noch an ihn herangekommen und hat ihm Verletzungen zugefügt. Die Leichen wurden geschändet. Der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, ist gestorben. Und dazu hat sich noch während der Schlacht das Gerücht verbreitet, dass der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, selber gefallen ist. Was für ein Tag, was für eine Schlacht. Aber warum das alles? Weil 40 Leute ihren Post nur verlassen haben, entgegen einer sehr, sehr klaren Anweisung. Von diesen Bogenschützen, auch von diesen 40, die ihren Posten verlassen haben, haben eine ganze Reihe überlebt. Und die sind dann mit den anderen Gefährten am Ende der Schlacht zurückgekommen, nach Medina. Und ich frage mich manchmal, wie die sich gefühlt haben. Die ja gesehen haben, okay, die Schlacht war schon gewonnen und ist dann doch noch verloren gegangen, weil wir unseren Posten verlassen haben, entgegen einer klaren Anweisung. Was ist das für ein Gefühl? Wenn ich mit den anderen, die ihre Verwandten verloren haben, zurückkomme nach Medina und ich schaue ihnen in die Augen. Was haben sie wohl gedacht, wie die nächste Freitagspredigt des Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, sein würde? Wären sie überhaupt noch in der Lage, ihnen in die Augen zu schauen? Was würden sie denken, was Allah jetzt herabsendet im Koran? Der Koran ist oftmals ein Kommentar vom Leben des Propheten, allen voran auch den Schlachten. Was würde Allah sagen? Ich stelle mir das sehr seltsam vor, für diese Bogenschützen, die ihren Platz verlassen haben und dann am nächsten Tag zurückkommen nach Medina. Wie würden wir reagieren? Wenn uns das passieren würde, wenn wir klare Anweisungen geben und jemand vermasselt es auf eine solche Art und Weise, wenn wir zum Beispiel der Inhaber von einem Geschäft wären und wir müssten das Geschäft jetzt einige Zeit verlassen und wir lassen jemanden zurück und sagen ihm, hör mal zu, egal was passiert, mach das nicht und er macht es trotzdem. Wie würden wir mit ihm umgehen? Wenn wir das entdecken. Ein Bruder erzählte mir, der hat eine Ausbildung als Chemikant gemacht bei Shell und die haben dann so in einer Shell-Raffinerie gearbeitet und als er noch in der Ausbildung war, hat einer von seinen Mit-Azubis, der hat es wirklich vermasselt. Der Meister hat ihn einen Moment alleine gelassen bei einer Maschine, die irgendwas Wichtiges da im Bereich Benzin und keine Ahnung, was produziert hat und der Meister sagte, hör mal zu, egal was du siehst, egal was passiert, fast nichts an Drückklang, kein Knopf, nichts. Der Meister geht weg, der Auzumi sieht irgendwas an der Maschine und ach, wollte das doch mal eben machen und drückt den falschen Klopf oder macht irgendwas falsch entgegen der ausdrücklichen Anweisungen des Meisters und dann war es geschehen. Irgendein Rohr hat sich überhitzt, das müsste dann ausgetauscht werden, denn das hat schon ein paar hunderttausend Euro gekostet und alleine der Stillstand der Maschine war ein Schaden von mehreren Millionen Euro. Und ich stelle mir den Meister vor, als er zurückkommt und dann sieht der Azubi, dem er gesagt hat, fass nichts an, der hat doch was angefasst und das ist passiert. Wie wird er mit ihm umgegangen sein? Wie ist der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, mit diesem Menschen umgegangen? Allah hat dazu etwas offenbart. Als Kommentar von der Schlacht von Uhud wurden tatsächlich 60 Verse in Surat Ali Imran offenbart. Und einer davon ist der folgende. Und als Barmherzigkeit oder aus einer Barmherzigkeit Allahs heraus warst du milde zu ihnen. Zu wem? Zu eben diesen Bogen schützen. Wärst du aber rau gewesen und hartherzig, dann wären sie von dir davon gelaufen. Darum vergib ihnen und bitte für sie um Verzeihung und ziehe sie in der Sache zu Rat. Das ist ein Vers aus Surat Ali Imran. Aus Barmherzigkeit von Allah heraus warst du Lintalahum. Das kommt von Layin. Layin ist so eine Dattelbütze. Diese ganz weichen Datteln bezeichnet man auch so. Daher kommt Linta. Du warst sehr weich mit ihnen. Sehr weichherzig. Das ist auch dasselbe Wort benutzt auch Allah, wo er Musa zum Pharao schickt. sagt zu ihm ein weiches Wort. Und aus Barmherzigkeit von Allah heraus bist du, oh Prophet, zu ihnen nachsichtig gewesen. Nicht nachsichtig, weichherzig. Aber zu diesen Leuten, die dafür verantwortlich waren, dass er verletzt wurde, dass sein Auge getötet wurde, dass die Muslime im Allgemeinen die Schlacht verloren haben, ihre Moral vielleicht, dass sie sich nicht mehr sicher gefühlt haben, dass sie nicht wussten, wie es weitergeht. Aus Barmherzigkeit von Allah heraus. Das heißt, es war, das war nur möglich durch eine Barmherzigkeit von Allah. Das war eine Rahmah von ihm. Allah hat dir eine besondere Barmherzigkeit erwiesen, indem er dir die Möglichkeit gegeben hat, dich in die Lage versetzt hat, mit ihnen weichherzig zu sein. Linterlaum. Denn wenn das nicht so gewesen wäre, was wäre passiert? Wallau kunta fabvon. Fabvon ist, wenn Wasser zum Beispiel lange steht, dann bekommt es so einen unangenehmen Geruch. Und man mag sich dann nicht in der Nähe von diesem Wasser aufhalten. obwohl Wasser eigentlich angenehm ist. Man sitzt gerne irgendwo am Wasser. Aber wenn das so abgestanden riecht, dann macht man da nicht sitzen. Und das ist fabvon. Fabvon ist, wenn du, du hättest dich mit ihnen auf eine Art und Weise verhalten, dass sie nicht mehr gerne bei dir in der Nähe gewesen wären. Man kennt das, wenn man Ärger mit jemandem hat und ergibt es einem zu erkennen. Er verhält sich anders gegenüber einem. Dann mag man nicht mehr bei ihm sein. Man geht ihm aus dem Weg. Man versucht, ihn nicht anzuschauen. Wenn man weiß, er ist heute Abend in der Moschee, dann betet man vielleicht lieber zu Hause, wenn man denkt, bloß nicht ihn treffen. Man möchte nicht mehr bei ihm sein. Aber Allah hat dir eine Barmherzigkeit erwiesen, sodass er dich weich gemacht hat ihm gegenüber. Denn wenn du nicht so gewesen wärst, wenn du dich ihnen gegenüber in einer Art und Weise verhalten hättest, dass sie nicht mehr bei dir sein wollten, was eigentlich normal wäre. Wer würde sich nicht so verhalten? Was wäre mit diesem Meister gegenüber dem Azubi? Würde dieser Meister, sich gegenüber dem Azubi so verhalten, dass der Azubi keine Probleme mehr hätte, bei ihm in der Nähe zu sein, dass er ihm nicht aus dem Weg geht? Aber Allah hat dem Prophet eine Rahmah gegeben. Du warst nicht so zu ihm, du warst weich. Denn wärst du nicht so gewesen. Hättest du dich so verhalten, dass sie nicht mehr bei dir sein wollen, dass es unangenehm ist in deiner Nähe. vorhin 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 vorhin. Vorhin vorhin und hartherzig. Hart zu jemandem sein, das kann manchmal angemessen sein. Vielleicht in dieser Art, dass ich jemanden erziehen möchte. Es kann ja durchaus sein, dass ich ihn liebe, aber wenn ich der Auffassung bin, okay, er braucht einmal eine Lektion, dass ich dann sehr hart zu ihm bin, weil ich der Auffassung bin, anders kann ich diese Lektion nicht rüberbringen. Aber auch das war der Prophet nicht. Denn wäre er so gewesen, wenn du so gewesen wärst, so hartherzig und unangenehm zu den Leuten, die wären vor dir weggelaufen. Die wären weggelaufen. Ein Fattu kommt von Individuat, das ist, wenn Glas zerspringt. Das bedeutet der Ausdruck eigentlich. Wenn Glas zerspringt, dann kann man es, selbst wenn man es kleben würde, dann bekommt man es nicht mehr in den ursprünglichen Zustand zurück. Etwas zerbricht quasi für immer. Und das wäre mit diesen Leuten passiert. Mit wem noch einmal? Mit seinen Gefährten. Das waren die Gefährten des Propheten. Die wären weggelaufen. Und man hätte es nicht mehr so leicht wieder kitten können. Es wäre nicht mehr geworden wie vorher. Dann merkt man vielleicht, was für ein Rahmat das für den Prophet sallallahu alaihi wa sallam war. Dass er nicht so zu den Menschen gewesen ist. Seine Gefährten wären weggelaufen. Aber warum? Die Wahrheit ist doch noch immer die gleiche. Der Koran ist doch immer der gleiche. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist immer noch der gleiche. Trotzdem wären sie weggelaufen. Nur weil er sich so ihm gegenüber behalten hätte. Du bist fasziniert vom Koran, aber kannst ihn noch nicht auf Arabisch lesen? Dann habe ich was für dich. Die QSK-Methode. Klick dazu jetzt auf den Link. Fahr voran, homi. Also vergib ihnen. Arafa ist nicht einfach nur vergeben. Arafa ist so auslöschen auf eine Art als hätte das nie stattgefunden. So eine neue Seite aufschlagen. Dass man nicht mehr erkennen kann, dass auf der alten Seite überhaupt irgendwas geschrieben stand. Du gehst mit ihnen so um, als wäre nichts passiert. Kein Unterschied. In deine Wärze hast du ihnen verziehen und einfach die Sache abgehakt. Du hältst es ihnen auch nicht mehr vor. Sie merken keinen Unterschied im Umgang ihnen gegenüber. Das ist Fachverantwortung. Du hast es gehen lassen. Es ist passiert. So eine Sache, die viele Menschenleben gekostet hat. Fach vor anderen vergib ihnen im Herzen. Haks ab. Und bitte Allah um Verzeihung für sie. Du sollst nicht nur in deinem Herzen ihnen verzeihen und es einfach so als ungeschehen betrachten, sondern du sollst hoffen, dass Allah ihnen verzeiht. Du selber hast ihn schon verziehen und bitte für sie, dass Allah ihnen verzeiht. Das hat auch nochmal einen Effekt auf das eigene Herz. Nicht nur wenn ich jemandem verzeihe, sondern ich mache Dua für ihn. Was bedeutet, wenn ich jemandem um etwas bitte, dann habe ich ja immer die Hoffnung, dass er diese Bitte erfüllt. Was bedeutet, wenn ich Allah bitte, dann habe ich wirklich die Hoffnung im Herzen, dass ihn verziehen wird. Ich mache das quasi zu meinem eigenen Wunsch. Ich hake es ab und ich wünsche mir, Allah es auch für sie gut sein lässt. Und ziehe sie in der Angelegenheit zur Art. Erstes war eine Sache. Wie? Diese Leute zur Art ziehen? Wenn ich mir vorstelle, es hätten sich noch einmal die Gefährten zusammengesetzt und darüber beratschlagt, wie sie eine Schlacht planen. Hätte man das Wort von diesen Leuten noch ernst genommen, von denen Allah sagt zum Prophet ist, zieh sie zurate ausgerechnet die, die Leute, die ihren Posten verlassen haben, ich stelle mir das einmal vor, die hätten bei einer Beratung über eine Schlacht die Hand gehoben. Die anderen hätten wahrscheinlich so geschaut. Was wollt ihr? Ihr wollt uns Ratschläge geben über eine Schlacht? Ernsthaft? Komm an. Aber Allah sagt zum Prophet bezieh sie mit ein, schließ sie nicht aus, lass sie einfach ein ganz normaler Teil sein von deiner Gemeinschaft, als wäre nie etwas passiert. Das war speziell für seine Gefährten. Die haben einen gigantischen Fehler gemacht in der Schlacht, ohne jeden Zweifel, aber so befiehlt Allah, dem Prophet mit ihnen umzugehen. lasst sie einfach ganz normal ein Teil sein, genau wie vorher. Ganz anders gegenüber den Heuchlern. Zu Beginn der Schlacht von Medina waren in der Armee der Muslime auch 300 der Heuchler aus Medina, die ja nur vorgespielt haben, dass sie Muslime sind. Und zu Beginn der Schlacht packen sie ihre Sachen und gehen. Das war auch ein Fehler. Nicht nur irgendein Fehler. Sie haben auch ihren Posten verlassen. Bei ihnen ist es ganz anders. Über sie sagt Allah Bei denen ist es anders. Sei hart mit denen. Mit denen sollst du streng sein. Was ist der Unterschied? Ich denke, der Unterschied ist klar. Die einen die Heuchler haben das absichtlich und geplant gemacht. Die anderen haben sich einfach nur geirrt. Obwohl die Konsequenzen dramatisch sind. Wir behandeln das heute manchmal alles gleich. Wir schauen nicht mehr, ob jemand das absichtlich gemacht hat oder ob jemand sich einfach nur geirrt hat. Und der Umgang mit diesen beiden Fällen war in der Sunder des Propheten sehr verschieden. Bei den einen war sehr klar, was das für Leute sind. Bei den anderen würden wir auch dazu neigen, dass wir ausflippen. Wie würden wir sein? Wir würden doch wütend sein. Aber hätte das überhaupt irgendeinen Effekt, einen Sinn? Die Leute, die das aus Versehen gemacht haben, diese Bogenschützen, meint jemand, die haben die Lektion nicht gelernt? Natürlich haben sie die Lektion gelernt. Die wissen das schon, das wird ihnen auch nie mehr passieren. Wenn die beim nächsten Mal wieder als Bogenschützen auf einem Hügel postiert werden, glaubt jemand, die kommen noch mal runter, man müsste Angst haben, dass sie nicht mal runterkommen, wenn sie den Befehl bekommen, runter zu kommen. Die werden das nicht noch einmal machen. Sie haben die Lektion gelernt. Also warum jetzt noch Theater machen? Warum ausflippen? Warum flippen wir aber dann überhaupt aus? Warum machen wir das? Auch wenn wir wissen, dass eigentlich der Gegenüber seine Lektion gelernt hat. Völlig egal, ob das jetzt der Azubi ist oder wer auch immer. Warum machen wir das? Das ist Ego. Das ist unser eigenes Ego. Man möchte seinem Ego etwas Gutes tun. Es ist normal, dass man wütend wird, wenn man so etwas sieht. Aber dieser Wut dann Ausdruck zu verleihen, das ist einfach nur für das Ego. Für nichts anderes. Es hat keinen Effekt. Die Lektion ist schon langst angekommen. Du kannst dann immer nochmal ausflippen. Mehr Lektion wird nicht daraus. Alles was jetzt noch kommt, ist eigentlich nur für dein Ego. Und das macht es zu einer schweren Sünde. Es ist nicht so leicht umzusetzen. Wir alle, wir sind in einer gewissen Art für Verantwortliche. Das kann sein für ein Geschäft, für eine Firma, für eine Moschee, der Mann für seine Familie, die Frau auch für die Kinder. Und es gibt immer mal Dinge, die versehentlich passieren. Und wo man eigentlich weiß, okay, das war nicht absichtlich und die Lektion ist angekommen. Es ist nicht damit zu rechnen, dass es noch einmal passiert. Dann kann man es abhaken. Ich brauche da nicht ausflippen und noch Theater machen. Man möchte das manchmal, das steckt so in einem drin. Aber es führt zu keinem Ziel. Ich erreiche keine Verbesserung damit. Und das war eine Eigenschaft des Propheten. Der Prophet ist auch wütend geworden. Ohne jeden Zweifel. Der ist auch wütend geworden. Und ich kann mir vorstellen, nach der Schlacht von Ohr waren auch sehr viele Emotionen in ihm. mit. Aber er hat nicht einfach seinen Emotionen Ausdruck verliehen, um sich selber etwas Gutes zu tun und um sein eigenes Ego zu pflegen. Oder weil er nicht in der Lage war, sich zu beherrschen. Wenn er wütend war, und das war er, dann hat das ganz ein Ziel verfolgt. Hier wäre das nicht der Fall gewesen. Und er war der Anführer der Gefährten damals in Medina. Und wie Allah hier sagt, wenn er nicht diese Eigenschaft gehabt hätte, die Leute wären abgehauen. Selbst vor ihm. Seine Gefährten die Eigentlich keinen Zweifel hatten an seiner Wahrheit. Das ist eine Sünder, die einen Führer auszeichnen sollte. Nicht, dass man über Fehler hinweg sieht, darum geht es nicht. Aber dass man genau weiß, wann ist es angebracht, etwas zu sagen und wie sage ich es dann. Nicht so, dass mein eigenes Ego zufrieden ist, sondern so, dass etwas Gutes dabei herauskommt. Das ist einer der Lehren aus der Schlacht von Orkut. Barakal Allah 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 Das Video wurde möglich weil es Geschwister gibt die uns unterstützen und das kannst du auch Like dieses Video kommentiere es und teile es mit deinen Freunden und ganz wichtig abonniere unseren Kanal vergiss dabei nicht die Glocke und für noch mehr Content werde Unterstützer der DIN Academy Link dazu findest du in der Videobeschreibung Bis dahin